Das Gesetz braucht absolut kein Mensch. Es ist übrigens auch das Gegenteil von sozial gerecht. In Wahrheit schaffen sie nämlich einen Flickenteppich und es werden dann unterschiedliche Mindestlöhne auch gezahlt. Das ist möglich. Das heißt, die benachteiligen Arbeitnehmer in unterschiedlichen Bundesländern, dann wird für die gleiche Leistung unterschiedlicher Lohn bezahlt. Das kann ja wohl nicht sozial gerecht sein.